Herzlich Willkommen bei Battlefield Heroes auf Victory Village, wo auch sonst. Mit dem Royal Soldier. Den wollte ich euch mal zeigen. Ähnlich wie National Soldier habe ich Sonderangebot zugeschlagen. Es gab diesen Lead Soldier als Komplettpaket für um die 2000. Habe ich geholt. Für um die 2000 Battle Funds. Außer das Gesicht ist alles Lead Soldier. Sogar die Schuhe. Die sieht man gar nicht. Das sind diese. Wie heißen sie denn? Sag doch mal. Chucks. Und zusätzlich noch ein Bundle. Ja. Das Bundle. Die Lead Emote gab es beim Lead Soldier dabei. Und noch Chicken. Loser. Wo fanden die denn hin? Na ja. Gut. Capture the Flex sind wir. So. Gegen ganze drei Gegner. Super. Da hoffe ich doch, dass da noch welche dabei kommen. Sonst wird's. Sonst wird's. Sonst wird's langweilig. Da war noch einer. Ja. Direkt mal eine neue Ausprobieren hier. Neue Emote. Hallo? Hallo? Pistole? Geht's? Aua? Sag mal, was ist denn mit meiner Pistole? Verdammte Kacke? Ja. Komm her. Okay. Macht ihr. Macht ihr auch alleine, ne? Habt ihr mir gedacht. Komm her. Wie? Ja. Und jetzt nicht mehr. Jetzt ist es zu spät. Ja. Jawoll. Schönen Flugzeug fahren. Ha, ha, ha. Sauber. Ja, macht ihr mal. Ihr packt das schon. Hier sieht nach einem grandios geilen Spiel aus. Meine Fresse Schön AFK-Kill Muss auch mal sein Was ist los hier? Ich sehe hier gar nichts Scheiße Ist da einer von hinten geholt Mich hat einer von hinten geholt Ach und doch noch ein Freund von mir Freund Abonnent Ich weiß es nicht Oh da oben Irgendwie ist meine Pistole kaputt Ich kann mir nicht helfen Er hat irgendwie Scheiße Verdammt Big Leg Steht doch einer Steht doch einer Wah Scheiße Was mache ich denn da? Wow Vielleicht von der Taste Hab ich denn da jetzt gehauen Ärgerlich mit dem Mando Der hätte ich eigentlich noch mitnehmen müssen Was ist da hin? Gut getroffen Der Sack Da Da Jetzt holt er wieder den Kill weg Ne Nehmen wir doch den Weg Mann Boah Boah Guck dir das an Guck dir das an Was trennt der eigentlich die ganze Zeit vor mich Der Typ Hä? Gibt's doch gar nicht ey Da Hab ich gerade gesehen Der hat gesagt hat da unten Die ist nicht gut Was ich hier mache Ich renne schon wieder alleine Ich würde besser bei dem Gunner bleiben Genau bei dem Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Kacke Ja Ja Äh Äh Ja Ich bin doch da nur Dings am machen Toll Mann Ja jetzt hätte doch mal hier einer Fände ich Hätte ich gut gefunden Da zum Beispiel Läuft doch einer Ich danke Glück gehabt Jetzt hat mich mein Abonnent wieder erwischt ey Boah Scheiße Boah Ey Was willst du denn da machen? Übels ins Gesicht kriegen Boah Shit Maus Ja Ja Das ist noch ein bisschen Heal Kommt der? Oh ja Ne Kommt doch nicht Komm doch Glück gehabt Glück gehabt Hier ey Da ist keiner Schnell mal Heal machen Hier ist auch keiner Na ist aus jetzt Kommst du vor lauter Schreiben hier die ganze Zeit Du bist ja nicht so nur im Gras Ist immer gut Kann man immer schön Kann man da drauf Fehlen der Skill Ist das nicht Das ist alles nur weil ich am Schreiben bin Hier stimmt so KD 9 zu 8 oder so Und mindestens 7 Kills davon Weiß ich am Schreiben Ja Ne Leute Bis zum nächsten Mal Ciao